Wir sind zum ersten mal hier und es ist wunderbar sehr schöne studioatmosphäre schöne große räume wunderbare akustik und macht richtig total spaß zu spielen Das ist unser erstes album jetzt und wir haben versucht auch ein ganz breites spektrum an liedern zu spielen, also alle farben, alle möglichen farben und es ist ein bisschen songwriting, ein bisschen folk, ein bisschen jazz Die anderen beiden sind der Roland Tuckarm Schlagzeuger und Gunther Rissmann Kontrabassist und wir sind ein schönes trio Das album heißt Now, naja, das Jetzt und ich versuche das in den Stücken von verschiedenen Seiten her zu beleuchten auch Aber in fast allen Stücken geht es um dieses Thema, um Zeit, um die Präsenz, um den Moment der Gegenwart Soaking wet I came from you Last night You Were right And I Was right How Can We meet Is there a place of peace It was that time when I believed When I believed I would take it over for you When I believed I would take it over for you When I believed I would take it over for you Not realizing that it was just too big for me Not realizing that it was just too big for me I deeply Had to learn What it's like to be lost in the secrets of life And that the pain And that the pain Doesn't come from the things themselves But from holding on To thoughts from the past Not letting them go for now This time is over For now This time is over We'll see you next time We'll see you next time